Herzlich willkommen, liebe Tester-Community, zu einer neuen Folge der Agile-TestBar. Ich bin heute hier der Markus und wir wollen über Anbindung von X-Ray und Cypress reden und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich Sebastian. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du gekommen bist. Schön, dass ich hier sein darf. Könntest du unseren Zuhörern ganz kurz zusammenfassen, was sie heute erwartet? Bei der Anbindung von X-Ray und Cypress geht es um die Verbindung zweier Welten miteinander. Ich würde sagen, die des Testmanagements in X-Ray und die der Testautomatisierung in Cypress. Und das Ganze eben ohne eine komplett neue Lösung schaffen zu müssen, wo ich dann komplett neue Infrastruktur aufbauen muss, sondern dass ich einfach die beiden Welten, die ja schon existieren, einfach miteinander verbinde. Ich möchte natürlich über die Motivation reden hinter dem Ganzen, hinter der Anbindung. Ich möchte über Cypress reden, ein bisschen über X-Ray und Jira und über die technischen Aspekte und eben auch über die Hürden, die es gibt, wenn man sowas entwickelt. Ja, da sind wir schon gespannt. Vielleicht kannst du aber vorher noch kurz was zu dir sagen. Ja, ich bin Sebastian. Ich bin Testautomation Engineer hier bei G-Tera und typischerweise zurzeit im fachlichen Test unterwegs, also UI-Testing und API-Testing. Welche Gründe gab es denn für die Entstehung des Plugins? Also die Gründe sind wahrscheinlich, dass es, es gibt ja zwei Welten im Testen. Also einmal die des Testmanagements, wo es um die Koordination, Steuerung und so das Lenken von Testprozessen geht und die zweite Welt, die große ist eben die Testautomatisierung, wo es eher darum geht, die ganzen Tests zur Ausführung zu bringen und zu entwickeln. Es ist ja schlecht, wenn man diese Welten nicht miteinander verbindet. Ich möchte den Testmanagern jetzt nicht vor die Stirn stoßen, aber sie sind ja wahrscheinlich eher nicht daran interessiert, was jetzt Cypress da für kryptischen Output liefert in irgendeiner Kommandozeile, wie viele Tests fehlgeschlagen sind und so weiter. Die wollen eher sehen, hübsche Reports, wo man eben auch rückverfolgen kann, was passiert ist, was sich im Laufe der Zeit verändert hat und so weiter. Die Welt der Testautomatisierung ist dann eben die andere, wo man auch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt nicht unbedingt so sehr an den Reports interessiert ist, sondern eher am Technischen, dass es technisch alles funktioniert. So richtig funktionieren kann das Ganze aber nur, wenn man beides miteinander verbindet. Also der Testmanager kann ohne die Testautomatisierung nicht und der Testautomatisierer muss ja auch irgendwoher Feedback erhalten, so nach dem Motto, funktioniert denn immer noch alles, worauf muss er jetzt seinen Fokus legen und das geht eben nicht ohne Testmanagement. Was kannst du uns denn jetzt zu Cypress sagen? Was ist denn das überhaupt? Also Cypress ist in erster Linie ein Anwendungstest-Tool. Also es geht da um Testautomatisierung offensichtlich. Typischerweise wird es benutzt, um UIs zu automatisieren, aber man kann damit auch locker auf API-Ebene runtergehen. Und Cypress ist eben ein sehr beliebtes Tool, weil es das Testen sehr angenehm macht und das Testsprogrammieren. Es hat in allen Selektoren immer automatisch zum Beispiel Retriability eingebaut. Und die Tests lassen sich auch, also die Überprüfungen, die Assertions lassen sich sehr gut schreiben, lesen und rückverfolgen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Schmankerl, zum Beispiel automatische Videos und Screenshots, die gemacht werden. Und gerade auch, wenn ich auf API-Ebene bin, kann ich perfekt stubben oder irgendwelche Mocs machen. Was meiner Meinung nach auch der größte Vorteil ist, ich kann im Prinzip den Browser gezielt in Bruchteilen von einer Sekunde in einen ganz spezifischen Zustand versetzen, ohne mich durch die UI klickern zu müssen. Weil Cypress ein Browser läuft, habe ich eben Zugriff auf Local Storage, alle Cookies und so weiter und so fort. Und das spart enorm viel Zeit, wenn man es richtig einsetzt. Was gegenüber anderen Testautomatisierungstools, denke ich, ein großer Vorteil ist. Weil bei Selenium zum Beispiel habe ich das auch so ein bisschen. Ich kann auch auf Local Storage zugreifen oder die Cookies. Aber es ist eben nicht so, ja ich sag mal, nicht so von Haus aus gewollt. Und es ist auch immer von Browser zu Browser unterschiedlich, ob es bestimmte Features gibt bei Selenium. Und da habe ich dann im Prinzip nicht so die Möglichkeit, einen Browser gezielt in einen bestimmten, oder die Anwendung in einen gezielten Zustand zu versetzen. Sondern ich muss dann immer über die UI gehen und erstmal immer zehn Sekunden irgendwo rumklickern, bis ich da bin, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, bei so viel Gutem, gibt es dann auch ein paar Nachteile von Cypress? Also ich denke, ein Nachteil ist, ja Cypress ist erstmal Open Source. Es gibt, also das Tool kann jeder benutzen. Es bietet eine große Fülle an Funktionen. Es gibt ein paar Premium Features, wo man dann Geld in die Hand nehmen muss. Zum Beispiel, wenn ich Tests parallel ausführen möchte, muss ich da Cypress Dashboard benutzen, was dann eben kostenpflichtig ist. Ja, es gibt natürlich auch technische Nachteile. Also zum Beispiel, Cypress lebt quasi in einem Browser-Tab. Und wenn ich jetzt eine Anwendung habe, die mehrere Tabs benötigt oder verwendet, dann ist es in Cypress echt nicht so einfach, zwischen diesen Tabs hin und her zu wechseln. Also das sollte man sich dann vorher überlegen, ob man wirklich Cypress benutzen möchte. Okay, und dann gibt es ja noch Cypress in der Cloud, wenn ich richtig informiert bin. Und dafür muss man ja auch bezahlen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen oder eher nicht? Also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht benutzt. Ich kenne auch so, was ich immer so höre, eher Leute, die sich da eigene Workarounds schaffen. Ich kann da echt nicht so viel zu sagen. Ist jetzt auch für die Anbindung erstmal nicht wichtig. Wenn wir jetzt aber zum anderen Teil der Anbindung kommen, nämlich zu X-Ray und Jira. Was ist in X-Ray überhaupt und wie hängt das mit Jira zusammen? Also X-Ray ist ja jetzt erstmal ein Test-Management-Tool oder ein Plug-in für Jira. Jira, denke ich, da muss man nicht so viel sagen. Es ist ein Standardwerkzeug in der agilen Entwicklung. Ich kann da einfach meine Bugs, User-Stories, was auch immer, tracken, verfolgen. Und X-Ray klinkt sich da eben ein und fügt zum Beispiel Tests, Test-Executions, Test-Plans als eigene Issues hinzu. Was jetzt erstmal nicht so viel ist, das könnte man auch manuell machen. Da brauche ich jetzt nicht X-Ray zu. Aber X-Ray bietet dann eben noch mehr Funktionalität. Ich kann dann in einem Test beispielsweise Steps definieren. Und ich kann zu jedem Step sagen, ob er fehlgeschlagen ist oder nicht. Und eben die ganzen Reports kann ich auch über X-Ray erzeugen lassen. Und schöne Dashboards gibt es da dann, die ich mir zusammenstecken kann mit Tortengrafiken. Was auch immer man gerne hat. Der große Vorteil von X-Ray, denke ich, ist, dass es sich eben in Jira integriert. Also die Leute, die mit Jira komfortabel sind, die Teams, die darin eingearbeitet sind, die können dann einfach problemlos zu X-Ray switchen und das einfach ganz gewohnt weiter benutzen mit den Issues. Und es ist im Prinzip kein Umschulungsaufwand notwendig. Es gibt ja ziemlich viele Testmanagement-Tools am Markt. Wie unterscheidet sich denn X-Ray zum Beispiel von so Tools wie ALM, Quality Center oder Octane? Ich denke, ein großer Unterschied ist wahrscheinlich schon wie angesprochen, dass ich keine eigene große Infrastruktur habe. Also wenn ich schon in der Jira-Welt bin, dann bleibe ich auch in der Jira-Welt mit X-Ray. Also ich habe da nicht irgendwie noch plötzlich ein zweites Tool, was ich hochziehen muss, irgendwie nur um meine Tests, Testpläne und so weiter zu verwalten. Also es ist im Prinzip eher leichtgewichtig im Vergleich, würde ich sagen. Ein Nachteil davon ist natürlich, also ich kann in X-Ray kann ich jetzt nicht direkt auf einen Play-Button drücken und dann laufen alle Tests los und ich kann irgendwie live mitverfolgen, was gerade passiert. X-Ray ist eben, ja wie Jira auch, ja eher so ein, ich würde es als Bookkeeping bezeichnen, wo ich dann eben verwalten kann, statt live zuschauen. Also wenn ich jetzt wirklich ein Tool haben möchte, wo ich dann auf den Play-Button drücken möchte, ohne viel Aufwand und alle Tests laufen los, dann ist X-Ray wahrscheinlich nicht das richtige Tool. Ja, bei Jira gibt es ja die Varianten Cloud und Server. Hat das Einfluss auf X-Ray? Ja, auch X-Ray gibt es dann natürlich in Cloud und Server. Da gibt es dann eben auch zwei verschiedene Tools, die schon im Prinzip sehr gleich sind. Also die Features unterscheiden sich jetzt nicht wahnsinnig, aber es gibt eben schon auch kleine Unterschiede. Wenn ich jetzt in X-Ray-Server unterwegs bin, bin ich zum Teil auch darauf angewiesen, was Jira-Server an Funktionalität zur Verfügung stellt und umgekehrt. Okay, und wie ist es jetzt mit Kosten? Ist X-Ray Open Source? Also X-Ray ist nicht Open Source. Es ist auch mit Kosten verbunden. Also je nachdem, wie viele User jetzt in Jira angemeldet sind in der Organisation, kostet es eben mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also es startet zum Beispiel bei so rund 10 Dollar pro Monat. Und das ist, glaube ich, immer so gestaffelt. Also wenn ich bei X-Ray jetzt irgendwie 1 bis 10 User anmelde, kostet es eben im Schnitt 5 Dollar pro User. Und je mehr User ich habe, desto mehr kostet es aber auch. Aber insgesamt gehen die Kosten dann halt runter. Also bei 35.000 Usern bezahlt man nur noch einen halben Dollar pro User. Also jetzt können wir ja etwas mehr auf technische Aspekte eingehen. Denn Cypress kann zum Beispiel für End-to-End-Tests oder für Komponententests genutzt werden. Was ist denn da der Unterschied? Also bei End-to-End-Tests gehe ich ja ganz normal einfach durch die Anwendung durch, so wie man es von Selenium oder so kennt. Ich kann mich durchklickern, ich kann die API-Calls überwachen von der gesamten Anwendung. Also beim Komponententest geht es dann ja eher darum, dass ich einzelne Komponenten gezielt teste. Zum Beispiel, wenn ich mir einen Webshop vorstelle, dann geht es bei einem End-to-End-Test. Da habe ich dann den ganzen Shop, die ganze Anwendung mit Warenkorb, mit Login, mit Profil und Konto und irgendwelchen Daten. Und bei einem Komponententest lade ich dann gezielt eine einzelne Komponente, zum Beispiel so eine Karte, wo dann draufsteht oder ein Suchergebnis zum Beispiel. Das ist ja auch eine Komponente. Ich habe normalerweise eine Liste mit tausend Suchergebnissen, aber beim Komponententest kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt ein Suchergebnis testen. Was passiert denn, wenn es jetzt zum Beispiel die Socken, die da drin angezeigt werden, wenn die überhaupt nicht mehr verfügbar sind? Das kann ich dann simulieren und dann kann ich schauen, ob diese Komponente eben anzeigt, Socken nicht mehr verfügbar zurzeit oder ob weiterhin der Preis angezeigt wird. Und dein Plugin, kann das jetzt beides, End-to-End und Komponententest? Nee, also mein Plugin ist auf die End-to-End-Tests ausgelegt. Also Komponententests kann man damit nicht abdecken. Als du jetzt dieses Plugin entwickelt hast, musstest du dich ja mit der Cypress-Plugin-Architektur auseinandersetzen. Kannst du uns da ein bisschen erklären, was die Besonderheiten sind? Also die Cypress-Plugin-Architektur ist tatsächlich sehr, sehr einfach gehalten. Cypress löst während der Testausführung bestimmte Events aus, auf die kann man lauschen. Also ein Event ist zum Beispiel, ich habe ein Screenshot aufgenommen und hier ist der Pfad zum Screenshot. Und das könnte man sich dann beispielsweise merken, weil man es vielleicht später als Evidence in X-Ray hochladen möchte. Es gibt natürlich dann auch bessere Events. Zum Beispiel, wenn die Testausführung beendet ist, kriegt man eine ganz lange Liste mit allem, was passiert ist, welche Tests ausgeführt wurden, was der Status der Tests ist, also ob sie bestanden sind oder fehlgeschlagen. Zum Beispiel eben dann auch die Screenshots dabei und wie der Test überhaupt hieß, den ich ausgeführt habe. Und das kann man dann eben sehr gut abgreifen und benutzen, um was auch immer damit zu machen. In meinem Fall dann eben, um es nach X-Ray hochzuladen. Und insgesamt, von welchen Daten reden wir jetzt an dieser Schnittstelle? Was kann da alles übertragen werden? Es ist tatsächlich gar nicht so komplex, wie man es sich vielleicht vorstellt. Also natürlich werden Testergebnisse übertragen. Das ist dann eine ganz große JSON einfach. Und in der JSON sind dann zum Beispiel auch die Screenshots in Base64 drin. Oder ich kann auch die Videos, die Cypress aufgenommen hat, stellt es eben auch zur Verfügung. Die kann man dann anschließend nehmen und dann auch dem Test-Execution-Ticket zum Beispiel anfügen. Was noch über Schnittstelle läuft, sind zum Beispiel Dateien auch. Also man hat die Möglichkeit, in X-Ray zum Beispiel auch Cucumber-Testfälle zu schreiben oder Feature-Files quasi. Und ich habe dann eben auch die Möglichkeit, über die X-Ray-API diese Feature-Files zu importieren. Also wenn ich jetzt in Cypress neue Schritte hinzufüge oder irgendwie die Backgroundsänder, was auch immer, hat man halt die Möglichkeit zu sagen, hey, dieses Feature-File hätte ich jetzt gerne hochgeladen. Und dann wandern eben auch ganze Dateien über die Schnittstelle. Wenn jetzt neue Cypress-Versionen rauskommen, wie hoch ist denn da die Anpassungsnotwendigkeit der Schnittstelle? Tatsächlich ist Cypress da sehr großzügig und sehr gnädig. Also aus einer Plug-in-Sicht passiert echt eigentlich nicht viel. Diese Schnittstellen und diese Events, die Cypress zur Verfügung stellt, die sind sehr stabil. Was nicht heißt, dass es nicht doch manchmal kaputt geht. Das war jetzt in den letzten Wochen so. Da wurde jetzt in Version 12.17 tatsächlich an der Schnittstelle was geändert, was tatsächlich, denke ich, einfach übersehen wurde. Das ist mir dann aufgefallen, weil mein Plug-in plötzlich nicht mehr gebaut werden konnte. Habe ich als Bug eingereicht, wurde auch schon gereviewt und ist jetzt in Bearbeitung derzeit. Und welche Hürden entstehen denn grundsätzlich bei der Anbindung? Also da gibt es, auch wenn es nur ein sehr kleines Plug-in ist, was ja eigentlich nur Testergebnisse hochladen soll, da gibt es doch sehr große Hürden. Der Ursprung alles Bösen, was mir Probleme bereitet, sind, denke ich, die drei Welten, die es zu beachten gibt. Es gibt ja einmal Cypress, haben wir schon drüber gesprochen, die Schnittstelle und die Daten. Da verändert sich zum Glück nicht so viel. Aber ich habe ja Jira. Wie gesagt, da gibt es Cloud- und Server-Varianten. Bei Jira ist es zum Glück so, die haben es geschafft, eine recht konsistente API zu schreiben. Die hat sich von Jira-Server zu Jira-Cloud nicht so viel verändert. Da kommen höchstens neue Parameter oder Felder hinzu. Aber es gibt eben auch die X-Ray-Welt. Und bei X-Ray ist es schon so, dass sich zwischen X-Ray-Server und X-Ray-Cloud, da hat sich die API doch stark verändert. Da wurden Sachen weggenommen, da wurden mal ganze Parameter umbenannt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Test-Execution hochlade, dann kann ich ja angeben, welche Tests ausgeführt wurden. Und X-Ray erwartet eben, das ist ein Pflichtfeld, dass man angibt, welchen Test-Typ diese Tests denn jetzt haben. Also, ob es ein generischer Test war, ob es ein manueller Test war, wo ich die Steps habe, oder ob es ein Cucumber-Test war. Und bei X-Ray-Server heißt dieses Feld, was man dann setzt, Test-Type, Doppelpunkt und dann eben Cucumber oder was auch immer. Und bei X-Ray-Cloud heißt es nicht mehr Test-Type, sondern nur noch Type. Es ist eine Kleinigkeit, aber nur wegen so einer Kleinigkeit muss man dann anfangen, also quasi seine Coach-Basis darauf auszulegen, dass es eben Unterschiede geben kann in der API. Komplizierter gemacht wird das Ganze dadurch, ich habe Jira zwar gerade gelobt, aber manchmal ist es so, ich brauche bei meinem Upload, brauche ich bestimmte Felder, die man setzen möchte. Also man möchte ja beispielsweise auch bei dem Plugin angeben können, hey, ich habe jetzt hier eine Test-Execution, die ich hochlade, füge die doch mal bitte in den Testplan XYZ hinzu. Und dafür brauche ich dann eben das Jira-Feld, das entsprechende. Also in Jira gibt es dann eben bestimmte Felder und wenn man dann draufklickt, kann man ja sagen, zu welchem Testplan die Sachen hinzugefügt werden sollen. Und jedes Feld in Jira hat eine interne ID. Da gibt es dann natürlich die Jira-IDs, die sind typischerweise zum Beispiel Summary, also der Titel von meinem Issue, oder Description. Das Problem ist, die Plugins, es gibt ja auch andere Plugins für Jira, bei denen heißen die Felder dann nicht mehr Testplan zum Beispiel, sondern Customfield unterstrich 12345. Und je nachdem, welche Plugins man in welcher Reihenfolge installiert, heißt es dann eben immer unterschiedlich. Also was bei uns Customfield unterstrich 12345 heißt, heißt bei wem anders, ist der Testplan dann Customfield unterstrich 76215. Und sowas muss das Plugin erkennen können, abfangen können, sonst funktioniert ja gar nichts mehr. Das Doofe ist jetzt, bei Jira Server tatsächlich, gibt es einen Endpoint, wo ich mir alle Felder holen kann. Da kriegt man dann eine endlos lange Liste, eine JSON-Liste, wo alles drin steht. Da kann ich dann einfach nach meinem Testplan suchen und mir daraus rauslesen, was denn jetzt Customfield die konkrete Nummer ist. Jira Cloud hat diesen Endpunkt auch, liefert aber keinerlei Daten mehr über irgendwelche Plugins zurück. Da kriege ich nur noch die Standard-Jira-Felder zurück. Wenn ich jetzt also wissen will, was mein Testplan ist, wie ich meinen Testplan jetzt setzen kann, muss ich plötzlich über die X-Ray API gehen. Und ich kann nicht einfach nur die ganz normale benutzen, sondern ich muss dann die GraphQL-Variante benutzen. Also was beim Schreiben dieser Request dann doch zu einem recht großen Aufwand führt. Wenn ich jetzt Cucumber-Tests einsetze, gibt es denn da Besonderheiten zu beachten? Ja, Cucumber ist immer so ein Spezialfall tatsächlich. Gut, dass du fragst, weil Cucumber in X-Ray ist immer so ein bisschen mit Handschuhen anzufassen. Und X-Ray sagt jetzt, also ich kann meine Features, typischerweise hat ein Feature-File, der immer oben ganz oben steht, Feature und dann Doppelpunkt oder Funktionalität, je nachdem welche Sprache. Und X-Ray sagt ja schon mal von vornherein, nö, schreib das bitte nicht bei uns rein, weil diese Funktionalität, die ist dann eben in der Epic oder so abgebildet. Also habe ich nur noch Szenarien oder Backgrounds oder was auch immer. Es ist tatsächlich so, man kann in Cucumber oder Gherkin kann man ja auch Tags setzen. Also ich kann mein Szenario taggen mit, keine Ahnung, Regression oder was auch immer. Aber ich kann auch Tags setzen, um die Issues zuzuordnen. Also wenn ich jetzt bei mir in Cypress ein Feature-File habe mit einem Szenario drin und ich möchte dieses Szenario einem Test-Issue in X-Ray oder Jira zuordnen, da kann ich über mein Szenario schreiben add, keine Ahnung, prj-123, also den Key von dem Issue. Das ist unter X-Ray Cloud dann wieder ein bisschen anders. Da ist der Tag dann nicht mehr add Projekt123, sondern add Testname Doppelpunkt Projekt-123. Das heißt, ich muss jetzt allen Usern erstmal vermitteln, hey, wenn ihr X-Ray Cloud benutzt, müsst ihr solche Tags setzen. Sonst wird X-Ray für euch schön 100 neue Issues erstellen bei jeder Ausführung. Und ich muss eben auch in der Lage sein, in meinem Plugin zu erkennen, ob die jetzt in X-Ray Server oder X-Ray Cloud unterwegs sind. Ist jetzt kein Riesenaufwand, aber es macht das Ganze kompliziert und auch kompliziert zu testen. Sagen wir mal, die Schnittstelle ist da. Was muss ich jetzt tun, um die Schnittstelle nutzen zu können? Was muss ich da in X-Ray tun? Also, um ein Plugin dann benutzen zu können, gibt es tatsächlich gar nicht so viel, was man machen muss. Man muss ihm den Plugin eigentlich nur mitteilen, wer bist du? Also man muss sich authentifizieren gegenüber den ganzen APIs. Unter Jira Server gibt es da jetzt auf X-Ray Seite tatsächlich gar nichts, was man tun muss. Ich muss mir nur meine Jira API Tokens holen. Unter X-Ray Cloud muss ich dann eben in X-Ray nochmal zwei extra Credentials generieren, also Client Secret und Client ID und die dem Plugin mitgeben. Und sobald das erledigt ist, kann das Plugin einfach machen, was es möchte. Was jetzt dramatisch klingt, aber es macht eigentlich nichts, außer Test-Executions erstellen. Und das ist auch schon alles, was man dann tun muss. Diese Executions, die müssen aber doch Testfällen zugeordnet werden. Wie läuft denn das? Also mein Plugin, also das läuft dann über die X-Ray API. Ich kann dann, da gibt es quasi einen Endpunkt, wo man sagen kann, ich möchte jetzt bitte eine Test-Execution importieren. Und dann gibt es eine riesige JSON, die man mitschicken kann. Und da stehen dann eben die Testfälle drin. Und es gibt die Möglichkeit, dann eben bei diesen Testfällen in dieser JSON zu sagen, hey, der Test hier, der gehört zu Issue 1, 2, 3. Der nächste gehört zu Issue 6, 7, 8. Und auch die Execution kann man tatsächlich dann angeben. Also ich muss nicht immer eine neue erstellen. Ich kann auch sagen, hey, benutzt bitte immer Test-Execution-Regression-Test. Okay, verstanden. Wie ist das jetzt? Der Regelfall ist ja vielleicht noch einfach, aber was ist denn jetzt im Fehlerfall? Wie geht die Schnittstelle mit Fehlern um? Meinst du jetzt Fehler von, also wenn jetzt mein Plugin irgendwie falsche Daten schickt oder wenn es in einem Test zu einem Fehler gekommen ist? Ich meine jetzt, wenn es in einem Test zu einem Fehler kommt. Naja, dann lade ich eben eine JSON hoch, wo dann drin steht, der Test XYZ hat den Status Failed. Es gibt einen Evidence. Also ich kann da den Screenshot dann einfach reinstecken. Und das lade ich dann hoch. Und die Test-Execution zeigt dann eben an, für diesen Test so ein rotes Feld. Kann ich mir dann auch reinklicken und mir anschauen, was denn konkret fehlgeschlagen ist. Funktioniert bei Cucumber tatsächlich sehr gut, weil man das dann auf Step-Ebene serviert bekommt. Mit Screenshot an dem jeweiligen Test dran, an dem jeweiligen Step. Und was man dann machen muss, hängt jetzt natürlich vom Projektmanagement oder von dem Prozess ab, den man einhält. Typischerweise müsste sich irgendjemand halt auch mal diese Test-Execution dann angucken, sich anschauen, was ist denn der Fehler gewesen und tatsächlich dann darauf basierend, weiß ich nicht, den Bug erstellen oder irgendwem anders eine Meldung geben. Das passiert dann eben nicht automatisiert über das Plugin. Also das Plugin erstellt nur die Test-Execution. Was danach passiert, ist dem Projekt überlassen. Ein Vorteil von Cypress ist ja das Time-Traveling. Das heißt eigentlich das Durchhovern durch die einzelnen Steps und dann immer die Vor- und Nachher-Zustände angezeigt zu bekommen, das kriege ich ja dann über die Schnittstelle nicht so mit. Ne, das kriegt man leider nicht. Also ich kriege nur das Endergebnis geliefert. Also ich kann jetzt nicht irgendwie in X-Ray jetzt die Steps hochladen. Das ist der ganz große Nachteil von Cypress. Ich kriege in Cypress, kriege ich es nicht hin, diese Step- auf Step-Ebene irgendwas zu definieren, wenn man jetzt nicht Q-Cumber benutzt. Aber im Normalfall schreibe ich halt einfach eine riesige Funktion runter, die ich nicht eingliedere in Step-X, Step-Y, Step-Z. Also ich kriege quasi nur das Endergebnis, der wird. Ich kann jetzt nicht irgendwie auch in meinem Report oben in X-Ray dann sagen, ich habe hier Time-Travel und man kann zurückverfolgen, was in den jeweiligen Schritten passiert ist. Ich kann halt höchstens das Video anbieten, hochladen, dass man sich dort dann anschaut, was passiert ist. Und das ist konfigurierbar, ob ich jetzt das Video da mitnehme oder wie? Ja genau, das ist konfigurierbar. Ich kann sagen, ich hätte gerne Videos und da wird einfach jegliches Video, was Cypress zur Ausführung erzeugt hat, hochgeladen, an das Test-Execution-Issue angehängt. Wenn man wirklich auf Step-Ebene was haben möchte, dann kann ich aktuell nur empfehlen, auf Q-Cumber zu gehen, weil dort bietet X-Ray eben die Möglichkeit an, auf Step-Ebene die ganzen Sachen zu verwalten und auch Cypress wird dann quasi in diese Steps mehr oder weniger reingezwungen. Und wie ist es jetzt, wenn ich andere Test-Management-Tools anbinden will an Cypress? Also zum Beispiel ein anderes Jira-Test-Management-Tool-Add-In. Dann müsste man sich eben anschauen, ob es dafür Plug-Ins gibt. Also Cypress kann, bietet eben nur eher diese Ausführungssicht, Ausführungsebene und diese Reporting-Ebene, dass ich halt diese Events habe, mit denen ich lauschen kann. Was man damit macht, da muss, also alles, was danach passiert, übernimmt Cypress nicht für einen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Test-Rail benutze, müsste ich das Cypress-Test-Rail-Plugin benutzen. Aber das gibt es? Ja, das gibt es. Das gibt es schon. Aber das ist das Einzige oder gibt es noch für weitere Test-Management-Tools Anbindungen? Ich kenne, sage mir Namen von einem Test-Management-Tool und ich kann dir sagen, ob es dafür ein Plug-In gibt. C4 zum Beispiel. Also bei C4 ist es jetzt tatsächlich so, es gibt auch Plug-Ins, aber die sind, die haben ein bis 15 Downloads und wurden auch schon nicht mehr gewartet. Also da ist mein X-Ray-Plugin doch ein bisschen besser maintained. Okay, das freut uns doch. Und was ist jetzt besonders, wenn ich die Schnittstelle in CI-CD einbinden will? Bei, da gibt es bei mir tatsächlich gar nichts zu beachten. Also ich kann, natürlich muss man, also ich habe beim Design des Plug-Ins darauf geachtet, dass jede Option, egal ob Credentials oder ob man irgendwie was hochladen möchte, dass es über die Kommandozeile konfigurierbar, also im Code auch, weil es dann einfach klarer und einfacher zu lesen ist, aber ich kann es auch über die Kommandozeile verändern. Ich kann in der CI zum Beispiel sagen, hey, bitte attach keine Videos mehr. Oder ich kann die Credentials verändern oder ich kann eine andere Test-Execution benutzen im Vergleich zur lokalen Ausführung. Du bist ja schon vorher mal auf Einschränkungen, was Step-Ebene anbetrifft, eingegangen. Wie ist denn das jetzt so? Passt denn das Cypress überhaupt zu X-Ray oder sollte man das eher unabhängig von X-Ray betreiben? Also es ist schon so, dass die Tools offensichtlich nicht zueinander oder füreinander geschrieben wurden. Wie gesagt, die Step, du hast es angesprochen, die Step-Ebene, da gibt es einen kleinen Unterschied, weil Cypress das eben nicht so gerne macht, so mit konkreten Steps. Natürlich, man kann sie verbinden. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich denke auch, die Entscheidung, ob die zueinander passen, das ist jetzt nichts, was mein Plugin entscheidet. Das ist etwas, was man auf einer anderen Ebene entscheiden müsste. Weil X-Ray möchte ja gerne so Steps und irgendwie, weiß ich nicht, Cucumber als Alternative. Und Cypress sagt ja eben, nee, ach nee, lass mal lieber. Und auch wenn ich Cucumber in Cypress benutze, dann muss man sich auch schon fragen, ob man nicht an dem Punkt schon einen Fehler begangen hat. Es ist tatsächlich eine größere Diskussion in der Community von Cypress, ob man nicht, gerade wenn man jetzt auch Page-Objects benutzt oder so, oder Cucumber ist ja nochmal eine Ebene abstrakter, ob man damit nicht quasi ganz viele Features von Cypress einfach verschenkt. Es fühlt sich dann eben so an, als ob man sich jetzt einen Ferrari kauft, nur um den dann durch die Gegend zu schieben, anstatt damit zu fahren. Weil Cypress bietet eben so viel mehr als das, was X-Ray jetzt kann. Also Cypress kann ja, ich kann API-Testing, ich kann irgendwie die Anwendung in einen ganz konkreten Zustand versetzen, ich kann irgendwie API-Requests stubben, faken, mocken und das ist nicht das, was so richtig in die Welt von Cucumber passt zum Beispiel. Cucumber ist ja eher dieses Behavior-Driven. Also der Brian May von Cypress, der Autor dieses Werkzeugs, hat ja gesagt, ihm geht es darum, den Entwicklern ein besseres Werkzeug zu verschaffen, aber es gibt ja auch Tester oder Testautomatisierer, die nicht die Entwickler der Komponente sind, sondern die einfach die Qualität prüfen wollen. Kommt da vielleicht ein bisschen ins Problem her? Dass er eben den Entwicklern bessere Werkzeuge geben will und das nicht unbedingt zu den Testeraufgaben passt? Aber ich, also ehrlich gesagt, ja, damit tut man sich auch, damit tut man sich wahrscheinlich keinen Gefallen, weil tendenziell ist es schon so, denke ich, dass es gibt Entwicklungsprojekte, wo die Leute einfach entwickeln und dann gibt es dedizierte Testprojekte, also sowohl von den Personen her, als auch auf der Code-Basis oder von der Code-Basis her, also da hält man die auch gerne mal getrennt, die Repositories. Und Cypress profitiert halt stark davon, dass Cypress eigentlich in dem Entwicklungsprojekt dann sitzt, weil ich möchte ja Cypress benutzen, um meine Anwendung in bestimmte Zustände zu versetzen, sofort, ohne mich dahin klickern zu müssen. und das kann ich ja nur, wenn ich konkret weiß, wie der Code dahinter funktioniert, so welchen State brauche ich denn jetzt überhaupt. Und das sind eben Features, denke ich, die sich in X-Ray nicht so gut abbilden lassen. natürlich kann ich in X-Ray auch einen Step definieren nach dem Motto, versetze die Anwendung in Zustand XYZ, aber das ist ja typischerweise etwas, was eher ein Entwickler schreiben kann und was jetzt kein Testanalyst, der weiß ja vielleicht nicht so 100% wie der Code dahinter funktioniert oder muss es vielleicht auch gar nicht wissen. Ja, das ist ja der End-to-End-Tester, der eben aus Sicht eines Users, der später mal davor sitzt, testet und der hat keine Ahnung, was da intern für Voraussetzungen und Zweifel herrschen müssen. Deswegen bezeichnet sich Cypress ja auch nicht zwingend als End-to-End-Testing-Tool, sondern als Anwendungstesting-Tool, weil es ja doch doch schon noch gerne tief in die Anwendung eingreift. Ja, und wenn ihr jetzt guckt, du hast dieses Plugin entwickelt und hast es zur Verfügung gestellt, wie sieht es denn da mit der Nachfrage aus? Also es gibt definitiv Bedarf. Das merke ich zum Beispiel schon an den Download-Zahlen, die sind tendenziell einfach permanent am steigen. Stand jetzt sind es irgendwie 1100 Downloads jede Woche. Wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem Test-Rail-Plugin, das steht auch so bei soliden, 4.000 bis 5.000 Downloads jede Woche und ich denke, der Bedarf ist insbesondere da, weil ohne dieses Plugin ist es recht aufwendig, die beiden Welten miteinander zu verbinden, X-Ray und Cypress. Da müsste ich dann irgendwelche J-Unit-Reports erstellen, die manuell hochladen und auch in diesen J-Unit-Reports würden dann Informationen wieder rausgeschnitten werden, also da ist es schwierig zum Beispiel schon Screenshots einzubinden, die müsste man dann ja nochmal manuell hochladen und ich denke, gerade deswegen ist dann der Bedarf da, weil die Leute einfach wollen, dass das automatisch bei jeder Ausführung passiert. Kannst du uns noch einen Ausblick geben, was du an Erweiterungen vorhast an der Schnittstelle? Aktuell ist der Stand eigentlich ganz gut, es gab jetzt zuletzt einen größeren Aufwand, weil ich Cucumber anbinden musste, da gibt es bei X-Ray eben eine Sonderbehandlung, eine extra Schnittstelle, die man dann ansprechen muss, aber das ist jetzt geschafft. Ich denke, was so die nächsten Schritte sind, sind dann so Kleinigkeiten, wie wenn man jetzt eine Test-Execution erstellt, dass man die dann je nach Ausgang bestimmten Leuten direkt zuweist, dass die sofort eine E-Mail kriegen, das passiert derzeit zum Beispiel nicht und auch, was aktuell noch nicht implementiert ist, ich kann ja Data-Driven-Testing machen in Cypress, ich kann ja sagen, ich kann ja beliebige Testdaten angeben und dann werden dafür immer mehrere Tests durchgeführt. Das kann man in X-Ray auch abbilden, da kann man auch Iterations sagen, welche Parameter da übergeben wurden und den Status halt tracken für jede Iteration. Das kann das Plugin zurzeit auch noch nicht abbilden. Das müsste man dann auch nochmal implementieren in der Zukunft. Gab es denn aus der Community schon Verbesserungsvorschläge? Hast du da schon auf was reagiert? Ja, da kommen tatsächlich recht regelmäßig jetzt Sachen rein, wahrscheinlich auch weil die Download-Zahlen steigen und es immer mehr Leute benutzen wollen. Aber da kommen leider eher noch Fehler rein zurzeit oder Sachen, die nicht funktionieren, wo die Leute sich wundern, was ist hier los? Aber es gab auch schon Vorschläge zum Beispiel, dass man auch die Beschreibung vom Test-Execution-Issue konfigurierbar machen möchte. Also standardmäßig wird da reingeschrieben, welche Cypress-Version und welcher Browser benutzt wurde. Aber man kann ja auch andere Sachen reinschreiben wie das Datum oder wer es ausgeführt hat oder welchem Zweck diese Execution jetzt gedient hat. Und wenn jemand jetzt genauere Informationen haben will zu deiner Schnittstelle, wo kann er die bekommen? Das Plugin ist Open Source, das Repository, kann jeder darauf zugreifen, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist natürlich bei uns, bei der KITERA GmbH das Repository namens Cypress X-Ray Plugin und da kann man einfach reinschauen. Aber es gibt auch eine ausgiebige Dokumentation, wo alles dokumentiert ist. es gibt ein paar Guides, wie ich das jetzt hinkriegen kann, dass ich meine Tests hochladen möchte. Und zu jeder Option gibt es auch den Hilfetext, ist alles dokumentiert und es gibt auch ein paar Videos. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Nutzung weiter zunimmt. Und ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier diese Schnittstelle zwischen X-Ray und Cypress nähergebracht hast. Wir konnten viele Einblicke im Thema gewinnen. Ja, ich danke dir, Markus, dass ich hier sein darf. Es macht immer wieder Spaß, über aktuelle Projekte zu berichten. Ich bin gerne hier. Ja, und wenn aus der Community noch jemand Anregungen hat oder Feedback geben will, dann schreibt er bitte an podcast.kiterra.de Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.